so bevor es jetzt wieder auf den trail geht noch einmal saubere füße genießen es ist freitag ich weiß gar 5 da glaube ich 5 august und um 10 uhr kommt unser trail angel um uns zurück auf den trail zu bringen so nun geht es wieder los auf dem pct am timothy lake kurze pause es ist sehr sehr so macht der wiedereinstieg auf dem pct freude zwar die erwartung ein bisschen groß der salmon river mount hut jetzt geht es weiter noch drei meilen kommen wir vor wie am strand so viel sand jetzt geht es hier durch einen richtig schönen dichten wald und ich bin ja bekennender wald fan ich liebe den wald und moose und fahne und flechten und überhaupt die atmosphäre und hier sind glaube ich ganz viele rotodendron haben aber schon geblüht ja jetzt geht es dem abend zu 17 uhr rum wir sind ja heute erst wieder gestartet haben jetzt ungefähr achteinhalb meilen gemacht werden gleich noch an highway kommen und ein bisschen später dann an eine ein zeltplatz mit wasser und dort lassen wir uns nieder vorhin gab es eine schöne begegnung an einer naturstraße und da kam ein auto und ein junges paar mit stand-up paddles hinten drin auf dem weg zum see für übers wochenende ja und dann kurzerhand haben wir jetzt jeder ein kleines bisschen bier im gepäck für den feierabend trail magic so wir sind am highway man kann es kaum überhören angekommen und hier ist das zeltchen eine junge frau ist auch schon da und die habe ich auch lange nicht gesehen aber wiedererkannt und wir kochen uns jetzt ein abendessen richtiges urlaubsfeeling leckeres fleisch grillfeuer gemüse jam 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 jam